Starten müssen wir das ganze mit einem Primer. Dafür benutze ich den E.L.F. Party Primer, Poreless Primer von E.L.F. Ihr könnt ihr bei dm kommen, der ist richtig gut. Also wir haben etwa im Februar diesen Jahres, haben wir, also es wird Echtzeit geschminkt, das heißt wenn das Video jetzt 30-40 Minuten dauert, dann dauert es so lang, je nachdem wie lange ich fertig wird, haben wir eine Zeit gehabt, die war sehr stressig, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, ich arbeite als Dauernachtmacher und habe einfach in der Zeitarbeitsfirma in einer neuen angefangen. Kann ich auch nur weiterempfehlen, wie gesagt, jemand der keinen Bock auf Altenpflegechefs hat, ist es halt für mich etwas gewesen, was sie total angeboten hat und ich habe einfach für mich beschlossen, ich habe keinen Bock mehr in ein reguläres Altersheim zu gehen und möchte einfach völlig unabhängig, backisch und auch mehr Geld verdienen. Ich habe mittlerweile auch sehr, sehr viele Freunde zu uns geholt in die Firma, weil ich einfach von diesem Konzept sehr, sehr überzeugt bin und habe dann einfach für mich entschlossen, okay der Weg, sag ich mal woanders hin, wird für mich jetzt einfach nicht mehr zurückgehen. Und wir haben eine Zeit gehabt, da war ich irgendwie mit meiner Pille sehr schlampig, also ich habe irgendwie ganz, ganz schlecht darauf geachtet, aber muss sagen, wir haben auch jetzt kein Problem damit gehabt, wenn es jetzt hätte schon früher passieren können, also es wäre halt dann so gewesen. Wir haben da ganz offen drüber gesprochen, ja also so Kondome sind halt manchmal nicht immer so ganz so cool, also man hat halt einfach mal hier und da, es hat mal weggelassen. Ich benutze übrigens die Zoeva Authentic Skin Foundation in der Farbe 240M Gratitude, ist gerade so meine Lieblings Foundation, ist super leicht und trotzdem Full Coverage für mich und reicht. Dann nehme ich auch den Passtum Zoeva Pinsel, den habe ich aber nicht extra kauft, sondern den hatte ich halt schon. Und auf jeden Fall muss ich euch einfach sagen, ich habe mit Marc halt ganz, ganz offen darüber gesprochen, wie es aussieht mit Kindern und so und er hat dann gesagt, ja, ja wir haben ja auch ein neues Auto gekauft, also wir sind stolze Besitzer vor zwei Jahren einer neuen E-Klasse geworden, eines E213 in einem wunderschönen Rot und ja sind damit auch total zufrieden und der läuft auch richtig geil und jetzt kamen wir halt einfach so ein bisschen auf die Idee, ja, wie wollen wir halt unser Leben verändern, wie soll das jetzt weitergehen und naja und dann haben wir halt darüber gesprochen, wie es aussieht mit Kindern und so und ja Marc war halt früher nicht so der Mensch, der jetzt unbedingt aus Verrecken Kinder wollte, sondern es war halt einfach, ja wenn es passiert, dann passiert es halt und dann habe ich halt irgendwie, ja ich bin halt 30 geworden im Januar und hatte halt das Gefühl, dass irgendwas mir fehlt, also es war nicht so, dass mein Leben unverständlich war, aber ihr habt einfach das Gefühl gehabt, dass jetzt in dem Moment etwas fehlt, was ihr einfach nicht einfach durch materielle Dinge ersetzen könnt, ihr könnt halt nicht zum Beispiel ein Auto kaufen und sagen, oh ich fühle mich geil oder so, das läuft alles voll gut, sondern es war halt einfach und es war halt etwas anderes, was halt gefehlt hat und naja und dann habe ich halt so ein bisschen in mich reingehorcht und habe dann halt zu ihm gesagt, du, ich bin da jetzt sechs, ich war auch irgendwie, ich glaube, aufgrund dieses ganzen Denkprozesses einfach auch schon überfällig geworden, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, auch in der Arbeit zum Beispiel, habe halt auch gedacht, okay, ist das vielleicht der Weg, den ich gehen möchte, vielleicht möchte ich Mama werden, fand das aber irgendwie total blöd irgendwie, weil ich dachte, hä, woher kommt denn das jetzt, also ich habe das halt so ein bisschen als Hirnfurz abgetan, ich habe halt gedacht, ja, weißt du, ich habe halt einen Hirnfurz und will es aber vielleicht gar nicht oder ist das jetzt vielleicht aus Entschuldigung Langeweile, dass ich das jetzt so denke, ja und dann war es das aber nicht und muss halt sagen, dass ich halt wirklich so eine Leere in mir gefühlt habe, die halt nicht durch, ich habe übrigens jetzt den consider, den habe, das ist der Born This Way, ich habe noch Reste übrig, das muss jetzt weg und habe einfach dann halt so eine Sinnkrise gekriegt, nicht so krass, was möchte ich im Leben oder so, sondern einfach, ich wusste nicht, wohin mit mir und ja, dann kamen wir aber auf den Gedanken, dass ich halt mir Gedanken mache, ob ich je Kinder bekommen kann, ob das alles, jetzt nochmal einen helleren darüber, damit ich praktisch richtig alles abgedeckt habe, wir wollen uns ja, wir sollen ja schwanger aussehen, uns nicht schwanger fühlen und schlecht fühlen, weil man aussieht wie ein Mülleimer und habe dann einfach halt mit Marc drüber gesprochen, habe ihm halt gesagt, dass mir irgendwas fehlt und ja, dass ich halt das Gefühl habe, dass ich bin irgendwie so weit, also ich hätte irgendwie Lust dazu und nicht mehr, das ist auch sehr wichtig, also redet mit eurem Partner darüber, also beschließt das nicht gemeinsam, alleine meine ich, sondern beschließt das gemeinsam als Paar, weil es gibt halt, es gibt halt Männer, wie auch Frauen, die sind einfach mit 30 oder 27 oder 30, 35 plus und mehr eigentlich immer noch nicht so weit Kinder zu bekommen und dann ist das halt wirklich eigentlich ganz arg klingt, wenn man halt das alleine beschließt, weil man einfach, man ist ja nicht alleine, man sollte halt nicht vergessen, dass man halt auch einen Partner hat, ja und naja und dann haben wir halt irgendwie gesagt, weißt du was, wir füllen nicht mehr, wir machen das jetzt einfach und haben auch ein bisschen finanziell natürlich geguckt, können wir uns das leisten, haben wir Backups, was ist, wenn ich jetzt ausfalle, habe mich dann erkundigt, wie das finanziell aussieht, habe aber allerdings schon einen Nebenjob angefangen, weil ich natürlich für diese Zeit auch well prepared sein wollte, ich wollte halt die 450 Euro oder 500 Euro, weil ich ja in die so, weil ich dachte, okay, man braucht auch Klamotten und Maxi-Cosi, unerschöne Kinderwagen und so und dann haben wir halt gesagt, okay, jetzt sparen wir das Geld. So, einen Monat später habe ich, ich habe tatsächlich auch eine App benutzt, also habe eine App benutzt und habe da auch nachguckt und so und habe dann halt gesehen, ha, ja an dem und dem Tag, das war dann wirklich total angezeigt. Ich muss aber sagen, ich habe letztes Jahr im April schon abgesetzt, das heißt, ich hatte auch Vorlaufzeit ein Jahr und habe dann halt überlegt gehabt, okay, was brauche ich jetzt noch? Also dann habe ich mir halt eine App natürlich letztes Jahr schon angelegt, um zu schauen, ob mein Zyklus auch regelmäßig kam und der kam, also habe ich regelmäßig mal eine Periode bekommen. So, dann war ich beim Arzt, habe beim Frauenarzt natürlich einen Check-up gemacht, habe einen sehr, sehr lieben Arzt, der geht glaube ich auf die 70 zu, aber ich mag diese älteren Ärzte, weil die einfach wahnsinnig empathiefähig sind und auch wirklich verstehen, wenn man halt zum Beispiel Sorgen und Ängste hat, auch gerade zum Beispiel mit eventuellen Kaiserschnittproblematiken oder so. Ich habe ihm halt gesagt, dass ich da gar nicht drauf stehe und eigentlich volle Lotte mein Kind so kriegen möchte, weil ich finde, es gehört auch irgendwo dazu, weil ich habe, wie ihr jetzt gleich schauen würdet, eine sehr schwierige Schwangerschaft gehabt, jetzt nicht körperlich gesehen, dass ich jetzt, sage ich mal, todkrank war oder so, sondern es war halt einfach nicht so die Traumschwangerschaft, wie ich es mir halt gewünscht hätte oder immer noch nicht. Es ist halt sehr anstrengend und ich benutze hier meinen White & White Retractable Eye Pencil, den seht ihr dann auch jetzt voll in Action in der Farbe Ash Brown und habe dann halt, wie gesagt, habe mich erstmal checken lassen, das würde ich euch auch raten, also jetzt nicht, dass ihr paranoid werdet und euer Mann zum Spermiogramm schickt oder so, sondern einfach halt schaut, ist alles okay bei euch, habt ihr euren Zyklus, habt ihr eure Periode und wenn das alles einigermaßen klappt, dann könnt ihr eigentlich nur noch Sex miteinander haben zu gewissen Zeitpunkten, das sind dann sogenannte BMW-Wochen, das sind Baby-Mach-Wochen, wir sind da echt mega, mega locker dran gegangen, wir haben halt gesagt, ich muss aber auch sagen, wir haben einen sehr gesplitteten Kinderwunsch gehabt am Anfang, wir hatten nicht so dieses Bedürfnis, aufs Verrecken jetzt ein Kind zu bekommen, sondern wir hatten gesagt, okay, sollte der liebe Gott uns ein Kind schenken, dann werden wir es annehmen und freuen uns auch darüber, aber wir wollten jetzt nicht zum Beispiel sagen, okay, wenn es aber nicht klappt, dann gehen wir in eine Kinderwunschklinik und machen das und das und das. Für mich war es ausgeschlossen, absolut, ja, in eine Klinik zu gehen, um praktisch mit meinem Mann eine künstliche Befruchtung durchführen zu lassen, weil wir gesagt haben, es hat ja auch einen Grund, ich habe natürlich Freunde und Familienmitglieder, die sehr wohl darauf angewiesen sein werden oder müssen oder waren es. Es ist halt nicht, für mich war es halt, ich weiß nicht, ich finde halt, Kinder sollen geschenkt werden und für mich war es halt so, dass ich gesagt habe, also ich bin der Meinung, dass es halt immer noch der richtige Weg für uns war, einfach für uns schon mal abzuschalten, bevor es losgegangen ist, weil wir halt gesagt haben, nee, warum soll ich mich jetzt stressen mit etwas, was ich gar nicht kenne, weil ich fand es immer ganz arg schlimm, wenn ich gehört habe, Freundinnen und Familie wollten, oh, ich kann ein Leben mir ohne Kinder nicht vorstellen, natürlich ist es ein anderes Leben, aber ich kenne das Leben ja gar nicht, ich kenne ja gar nicht das Leben als Mama, das heißt, was soll ich dem hinterher trauen, das war so meine realistische Einstellung und so bin ich auch zum Markt gegangen und ich habe damals gesagt, sollte es wirklich nach Jahren des Versuchens nicht funktionieren, werde ich mir einen dicken Daimler AMG kaufen und glaubt mir, ich hätte das gemacht, wir hätten uns unsere Traumwägen rausgelassen, scheißegal, ob es 50, 100 oder 150.000 Euro gewesen wären, wir hätten halt unser privates Vermögen, was wir halt einfach haben oder im Monat halt verdient hätten, hätten wir halt in geile Autos gesetzt, weil wir beide halt voll auf Auto stehen, ich selber fahre einen wunderwundersüßen Twingo, das ist mein erstes Auto und ich liebe den, dann wie gesagt, haben wir halt gesagt, nö, dann wird es halt einfach so sein, Leute, übrigens, ich sehe schlechter, das ist voll interessant, also jetzt bin ich in der 36. Schwangerschaftswoche und ich sehe einfach schlechter, das ist voll interessant, das ist wohl teilweise auch eine Nebenerscheinung, ich liebe meine Augenbrauen übrigens, immer, die sind total geil, also ich benutze dieses, den Blau Colorist von Catrice und ich liebe den und auch den Essence Make-Me-Browser, der ist auch richtig gut und wir haben einfach gesagt, bevor wir halt so eine krasse Sinnkrise bekommen und sagen, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll und oh mein Gott, das war für uns keine Option, wir haben halt gesagt, nein, das wollen wir halt nicht und zack, boom, Leute, wir haben nach dem Kalender hatten wir tatsächlich diese BMW-Wochen und direkt im ersten Zyklus hat es geklappt, der Kleine muss gezeugt worden sein, etwa Mitte März, ja, weil Mitte April habe ich getestet und war dann schon schwanger, ich bin zum bin zur Arbeit gegangen, muss sagen, hat mich in der Woche, bevor ich getestet habe, furchtbar komisch gefühlt, also irgendwie so, wie wenn ich neben mir stehen würde und fand das alles so ein bisschen interessant, Leute, ich bake immer hardcore, also ich mache da richtig viel drauf, weil das Cody S-Bond, das ist eins, das ist so ein geiles Puder und ich mache das immer, damit ich praktisch kein Fallout habe, alles gesettet habe und das Make-up hebt dann wirklich den ganzen Tag. Jetzt sind wir gerade elf Minuten am Schminken und ich habe fast meine Base fertig, das heißt, keine Ausreden für die Mamas da draußen, ihr könnt euch schön machen, sozusagen das Gröbste wäre jetzt gemacht, ich müsste es nur noch wegmachen, Bronzer drauf machen und rein theoretisch wäre ich good to go, wenn ich heute nicht extra wäre, weil ich dem Frauenarzt gefallen wäre und es ist halt dann wirklich so gewesen, dass ich hat dann gesagt habe, nein, ich mag eigentlich gar nicht mehr so den krassen Stress geben mehr und ja und dann war ich schwanger. Am 15. 14. diesen Jahres habe ich am Geburtstag meines Vaters getestet. Ich weiß nicht warum, ich habe Papa halt gratuliert und so und so und ja, mein Papa wusste, also ich habe ein voll gutes Verhältnis zu meinem Vater, habe ihm gesagt, ja Dad, ich überlege mit Marc ein Kind zu bekommen und wir haben diesen Monat mal nach Plan Sex gehabt und da hat er gesagt, ja, da ist er mal gespannt, ob der Marc trifft und er hat getroffen. Ich habe am 15. den Test gemacht, habe damals mit meinem besten Freund telefoniert, das werde ich nie vergessen, mit dem Dario und wir haben geschwätzt und ich habe währenddessen auf den Test gepinkelt, auf zwei sogar parallel und ist kein Scheiß, Leute. Ich habe ohne Scheiß, ich bin zwei Stunden mit dem Telefonieren gewesen. Ich habe Marc hatte Spätschicht, das weiß ich noch, habe telefoniert, alles möglich gemacht. Ich nehme übrigens die Huda Beauty Medium Palette, die liebe ich gerade unnormal. Die hat ein tolles Farbschema und ist eigentlich alles, was ihr braucht, so für den Alltag. Guten Morgen, Nuki. Nuki war vorher schon Gassi und jetzt ist er kurz wach geworden, hat gemerkt, dass die Katze sich auf ihn draufgelegt hat und auf jeden Fall haben wir dann halt, wie gesagt, den Test gemacht und ich habe den total vergessen. Er lag auf dem Tisch und ja, ich habe aufgelegt. Plötzlich sehe ich da einen dicken Strich und was ganz Zartes und ich weiß gar nicht, war ich blöd in dem Moment? Ich habe das überhaupt nicht gerafft. Ich habe dann irgendwie gedacht so, okay, ist der kaputt oder so? Ich hatte, muss ich aber dazu sagen, in meinem ganzen Leben mit Marc fast 8,5 Jahre keinen Schwangerschaftstest gemacht. Also die Ausreden, dass man aus Versehen schwanger werden kann, gibt es nicht, weil man wird nicht aus Versehen schwanger. Man plant schwanger zu sein. Überlegt euch das auch gut, Kinder zu bekommen. Leute, es ist wahnsinnig teuer. Es ist eine große Verantwortung, der ich jeden Tag mehr vorstehe und auch mich wirklich sehr ängstigt, muss ich einfach auch sagen. Und auf jeden Fall saß man halt da und dann habe ich den Dario wieder angerufen und habe gesagt, da ist was auf dem Test und ich weiß nicht, was es soll. Laut der Verpackungsbeilage sollte ich schwanger werden. Ich habe nur noch ein Kreischen, ein Grölen gehört und habe mich halb tot gelacht. Ich denke so, Dario, was ist da los? Und man soll ja eigentlich niemandem erzählen, dass man eventuell schwanger ist, so früh, weil es einfach auch Unglück bringt. Und was habe ich gemacht? Ich habe erstmal die Schwangerschaft abfotografiert und ungefähr zehn Freundinnen geschickt. Alle, die Kinder haben. Leute, sagt mir bitte, dass ich nicht schwanger bin. So, und dann kamen die ersten dummen Baby-Smileys, Schnullers, GIFs und Bilderchen und so. Wir haben uns halber zu Tode gelacht, ehrlich. Und dann habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Ja, und dann haben wir halt, okay, dann saß ich da und ich war alleine zu Hause. Und dann habe ich dann halt gedacht, okay, scheiße. Und dann habe ich nochmal einen gemacht und zwar einen, äh, diese Persona-Test, wo draufsteht, für extra dumme, schwanger oder nicht. Ich habe den gemacht, nach zwei Minuten, bumm, zwei bis drei Wochen schwanger. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich aber schon fast vier Wochen schwanger, also drei Wochen plus irgendwas. Laut meiner letzten Periode. Und dann saßen wir da und ich denke so, um Gottes Willen. Also, der kleine Zwerg und ich sozusagen in meinem Bauch saßen da und dann kam der Mark heim. Ich wollte das irgendwie schön verpacken, aber ich habe es irgendwie psychisch gar nicht auf die Latte gekriegt. Und ich habe ihm das voll um die Ohren geschmissen und er hat dann gesagt, Ich hätt's doch gewuscht, du bist mir gestern so auf den Sack gegangen. Und wir hatten tatsächlich einen Tag voll Sorgen und Ärger miteinander und ich kann euch nicht mal sagen, warum. Ich weiß es heute auch gar nicht mehr. Und, ähm, dann hat er halt gesagt, ja, du gingst mir gestern eh schon auf den Sack, war ja klar, dass du schwanger bist. Okay. Dann ist halt das Problem, ich bin noch weiter in die Arbeit gegangen, weil ich wollte meinen Chef jetzt auch nicht enttäuschen, muss ich euch auch sagen. Ich hatte noch zwei Nächte. Oh, die Nächte waren furchtbar. Ähm, ich war irgendwie total unsicher. Ähm, ja, ich habe sehr auf meinen Bauch geachtet, muss man einfach sagen. Ihr fangt an, äh, vom Tag eins wirklich euch zu beschützen. Ähm, also viele Hände vorm Bauch zu halten, weil ihr einfach wisst, okay, eventuell ist da was, ja. Ja, so, und dann am 18. habe ich dann, also praktisch ein paar Tage später, habe ich dann praktisch einen Frauenarzttermin gehabt und ab da ging es eigentlich los. Also, ich war positiv schwanger und, äh, Schwangerchef war auch beim Arzt positiv. Er hat eine Fruchthöhle gesehen. Wir haben dann halt, wie gesagt, äh, Wochen später, ich bin sofort ins Beschäftigungsverbot gekommen, weil ich, ähm, in einem pflegerischen Beruf arbeite und man darf also praktisch dann da auch nicht mehr weiterarbeiten, weil ihr einfach auch zu viele Risikofaktoren habt. Ich habe gerade das, äh, ich habe auch in einer Demenzstation gearbeitet, ähm, da hättet ihr nicht weiterarbeiten können, weil, ähm, die Opis und Omis halt sehr, sehr unberechenbar werden können und, äh, äh, verlegen ist halt nicht, weil, wie gesagt, dadurch, dass ich an der Zeitarbeit bin, ähm, muss ich natürlich für den Kunden auch zugänglich sein. Das heißt, ich muss praktisch auch funktionieren und dort arbeiten, wo es halt passt. Das ist einfach so mein Weg, den ich ja gewählt habe als Pflegerin, bin auch so eigentlich sehr zufrieden damit gewesen. Hab dann wirklich, ähm, wie gesagt, äh, ich saß dann plötzlich von einem Tag auf den anderen zu Hause und dann, äh, gehe ich jetzt mal in vier Wochen springen vor. Von der vierten bis achten Woche, ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt. Ab der sechsten Woche ging aber die Kotzerei los und für mich war das jetzt eigentlich nichts, nichts Schlimmes, weil ich dachte, ja, das gehört sich so, man ist ja schwanger und so. Also, so, zwölfte Woche, ich habe das irgendwie, ich habe schon sehr viel Angst gehabt, muss man einfach sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte irgendwie so übelst die Ängste, das Kind zu verlieren und, ja, habe mich auch total ans Essen gehalten. Das habe ich übrigens irgendwann nach Zeit gar nicht mehr. Also, es gab Mettbrötchen, es gab auch mal ein Sushi, zwar nicht so viel Fisch drin wie früher, aber es gab, ja, und ich habe dann halt irgendwie, naja, ganz komisch reagiert, war dann irgendwie sehr müde plötzlich und, ach, so die ganz typischen Sachen, ja. Deswegen gehe ich auch in vier Wochen springen, damit das Video nicht 100 Jahre lang wird. Und dann war die zwölfte Woche und wir haben unseren Gnom das erste Mal gesehen und ich war furchtbar gerührt. Ich habe so geheult, Leute. Ich war einfach am Ende meiner Nerven. Ich habe so was Schönes in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Wenn ihr halt dann seht, auf dem Ultraschallbild, der kleine macht Blubberbläschen und ist auch total süß, auch von seiner Gestalt her schon total da. Ihr realisiert das gar nicht so hardcore, muss ich sagen. Also, ich war total neben mir gestanden. Habe dann auch gemeint, oh mein Gott, das war auch das erste und auch das einzige Mal, wo ich wahnsinnig, also wirklich brutal geweint habe. Und, ja, und dann haben wir halt irgendwie realisiert, hey, wir werden Mama und Papa. Es ist bis jetzt alles gut gegangen. Ich muss sagen, sowas wie Hungerextrem hatte ich gar nicht. Mir war rotzeschlecht. Leute, ich habe mich mehrfach am Tag übergeben, was übrigens immer noch so ist. Das ist kein Witz. Also, ich habe eine richtig Arschkartenschwangerschaft in der Hinsicht bekommen. Ich bin wahnsinnig kaputt und müde auch oft. Und, also, das hat sich bis heute nicht gelegt. Da kommt jetzt ein bisschen Stila, Magnificent Metal. Ich liebe das. Das geht dann rückzuck. Zuck, zuck und sieht halt aus wie 100 Millionen Dollars. Ich stehe jetzt gerade eher auf diese Liquids, weil die einfach super schnell sind und einfach ihr super viel Effekt kriegt. Das ist halt echt toll. Das sieht echt sehr schön aus. Naja, und auf jeden Fall war das halt echt eine Sache für sich, muss ich sagen. Ich war furchtbar nervös und gestresst des Todes. Der Termin war aber gut und wir haben dann halt wirklich ein gesundes Kindlein auf dem Bildschirm gesehen. Dann kam Woche 16. Da hat es dann echt radikal zugenommen mit meiner ganz, ganz schlimmen Spuckerei und alles. Also, mir war auch Hundselends beschissen, sage ich euch. Also, schwanger sein ist kein Spaß, Leute. Das könnt ihr euch echt abschminken. Denn wenn ihr euch jetzt gerade nicht rotzisch schlechtes oder ihr gerade zu den Instagram-Mums gehört, die einfach mal gar nichts haben, ist der Durchschnitt der Frauen jetzt einfach mal dauerhaft am Kotzen. Also, mir ging es halt wirklich total beschissen. Also, boah, also, da konnte mir auch gar nichts anfangen. Ich musste auch noch gegen wahnsinnige Langeweile ankämpfen, weil ich halt zu Hause war. Und, ja, weiß ich, also ich bin immer auch nicht so arg auf den Sack gegangen. Das sagt er auch bis heute. Also, ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, mir ist langweilig, beschäftige mich mal oder so. Also, das hat er eigentlich nie müssen. Also, man musste sich jetzt nicht beschäftigen oder sowas, ja. Aber es war mir halt einfach nicht gut. Und ich habe jetzt für mich dann einfach gesagt, nee, ich muss ein bisschen was mehr machen. Ich bin mit meiner besten Freundin sehr viel spazieren gegangen. Wir haben auch sehr viel gesprochen. Also, sehr viel, muss ich sagen. Also, dafür bin ich der Jana auch sehr dankbar. Sehr viel gesprochen über, wie sich das Leben verändert. Obwohl ich ja zwei Neffen habe und es ja sehe, wie sich das Leben verändert. Ist das nochmal was ganz, ganz anderes, wenn ihr da selber drin steckt, ja. Und dann war halt Woche 16 und ich war ja alle vier Wochen beim Mars. Also, vier Wochen ist so der Standard, den ihr so als Abstand dann bekommt. Und Woche 16 war dann richtig, richtig schön. Da habt ihr noch mehr gesehen und dann Woche 20, Woche 23 bin ich zur Feindiagnostik gegangen. Das ist ein spezieller Test. Ich habe zum Beispiel mit meinem Mann mich auch gegen diesen Bluttest entschieden. Es gibt den sogenannten Harmony-Test, den halt sehr viele machen. Um schon mal Geschlecht ab der 10. Schwangerschaftswoche könnt ihr das Geschlecht eures Kindes wissen. Was mit mir niemals, ich hatte da gar keinen Bock drauf. Ich wollte gar nicht wissen, ob ich einen Sohn oder eine Tochter bekomme, weil da ist doch irgendwie der Kick voll raus, wenn ihr schon eigentlich alles auf dem Silbertablett serviert bekommt. Und auf jeden Fall war das halt wirklich, das ist übrigens der Make-up Revolution Flick Liner sozusagen. Der ist super schwarz, der hebt ewig lang und wie ihr seht, kann ich wirklich super easy einen Eyeliner Wing machen. Das ist so richtig mummy-friendly. Den habe ich jetzt auch schon ewig, Leute, und der wird einfach nie weniger schwarz. Ja, und dann auf jeden Fall waren wir dann in der 23. Woche, da haben wir dann rausgefunden, dass er einen Sohn bekommt. Also wir bekommen einen kleinen Jungen. Mein Mann war wahnsinnig enttäuscht. Oh mein Gott, ich werde nie vergessen. Marc war echt so, oh ja, der kann ja noch abfallen und so. Wir haben uns halb tot gelacht zu Hause. Also alle meine ganze Freundinnen, Familie, Schwiegermutter. Wir haben irgendwie alle irgendwie nicht so damit gerechnet, dass ich eine Mom werde von einem Mädchen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte das Gefühl auch nicht. Ihr habt halt ab irgendeiner gewissen Woche. Ich habe halt eine sehr, sehr gute Freundin gehabt, die, oder habe sie immer noch, die ist mittlerweile aber schon Mama. Also die Dagmar hat jetzt ihre Tochter schon vor zwei Wochen gekriegt, mittlerweile jetzt drei Wochen, wenn ihr das Video seht. Die Kleine wird dann jetzt einen Monat alt, dann nächste Woche schon. Mein Gott, die Zeit verfliegt, Leute. Genießt die Zeit mit euren Kindern, weil wir sind schneller draußen, wie ihr gucken könnt. Und auf jeden Fall, ja, habe ich dann herausgefunden, dass sie einen Sohn bekommt. Ich musste erst mal damit auch voll klarkommen, weil das ist echt total surreal. Und haben dann halt ab eigentlich der zehnten Woche hatte ich damals meinen Kinderwagen bestellt. Habe ihm bei eBay Kleinanzeigen angezahlt und habe meinen Traumkinderwagen gekauft. Und ich versuche es euch mal hier einzublenden. Wir haben einen Queenie Mood Rachel Zoe und ich sage euch, der kostet neu 1.800, 900 Euro. Ja, weil es halt ein komplettes Set ist. Ich nehme den Butter Bronzer übrigens, das ist mein Lieblingsbronzer, der lässt sich so krass geil verblenden. Und haben dann den gekauft, statt für 1.800, für 600 Euro. Mein bester Freund, der Soran, hat den auch da mitgebracht. Das ist praktisch von meiner besten Freundin, der Ehemann. Der war damals auf Außeneinsatz und hat dann in Wuppertal praktisch geschafft. Und hat dann praktisch gesagt, du Jenny, ich kann dir den auch mitbringen. Und dann haben wir irgendwie voll, also es war so witzig, also es war echt nicht weit weg, den Kinderwagen da abzuholen. Und dann haben wir den angekauft und ich hatte praktisch meinen Kinderwagen an hier stehen. Da war ich 14 Wochen schwanger. Und, Entschuldigung, Eli, ich habe meinen Eli gestupst. Ja, und dann vergingen die Wochen eigentlich so schnell. Meine Beschwerden, Leute, wurden nicht besser. Also sie wurden eigentlich noch schlimmer. Wir sind fertig mit dem Einrichten des Zimmerchens. Also ich habe ja hier ein Schlafzimmer. Rechts von mir ist das Bett mit gerade einer Katze und zwei Hunden drin. Und links von mir ist praktisch die Ecke. Ich habe ein Bett drin stehen, eine Wickelkommode mit einem Wickelaufsatz. Wir haben diese Malmkommode. Und wir haben uns komplett gegen ein eigenes Zimmer erstmal entschieden, weil wir in drei, vier Jahren uns etwas Eigenes kaufen wollen. Wir möchten ein bisschen weiteres wegziehen, um praktisch uns ein schönes Haus leisten zu können. Mein Papa soll dann auch mitkommen. Das bedarf natürlich sehr großer Vorbereitung und auch sehr großen Sparens. Das ist halt einfach so. Und das werden wir auch tun. Trotz, dass die Häuser heute sehr, sehr teuer sind, könnt ihr, wenn ihr guckt und aufmerksam seid, immer noch anständige Häuser finden. Ihr müsst halt bereit sein, weiteres wegzuziehen. Also wir würden dann schon so 50, 60 Kilometer wegziehen. Ich finde halt, heutzutage ist das keine schlimme Sache mehr. Ich nehme das Essence Glow Passion. Den benutze ich so, so gerne. Der ist sowohl Glow wie auch Ding. Und auf jeden Fall war das einfach so, so schön, die Wochen jetzt vergehen zu sehen. Ich blende euch. Ich hoffe, dass ich immer wieder mal Bauchbilder eingeblendet habe. Ich habe nicht einen wirklich großen Bauch. Ich habe jetzt in der 36. Schwangerschaft 10,5 Kilo zugenommen. Das ist einfach mal gar nichts. Also es ist wirklich wenig. Und ich bin so dankbar darüber, weil ich eigentlich immer gedacht habe, um Gottes Willen, ich werde aussehen wie ein Hefeklops. Und das ist mir aber komplett verschont geblieben. Dehnungsstreifen habe ich auch bekommen. Da zeige ich auch sehr gerne Bilder. Mein Gott, wir sind alles Frauen. Und die Dehnungsstreifen äußern sich aber gerade überhalb des Schambereichs. Und eben jetzt gerade in dem Bereich, wo ihr etwas, ich würde mal sagen, ausgedehntere Dehnungsstreifen bekommen könntet. Gerade in den Seiten und so. Aber das sind jetzt alles noch diese Bereiche, wo ich persönlich sagen muss, das geht noch. Also das geht wirklich noch. Und ich habe wirklich keinerlei Beschwerden in der Richtung. Also ich beschwere mich jetzt nicht, dass ich jetzt Dehnungsstreifen habe. Um Gottes Willen. Meinen, dass der Körper natürlich anders reagiert. Ist ja wohl vollkommen klar. Aber auf jeden Fall war das einfach bis jetzt sehr turbulent. Dann kann ich euch in Bezug auf Freundschaften halt einiges Gutes, wie auch Schlechtes. Also es kamen alte Freunde zurück. Sehr, sehr gute Freunde. Tami, hi. Es sind auch Freundinnen gegangen worden. Also ich habe sie sozusagen aus meinem Leben, ja nicht verbannt, aber ich habe keinen Sinn mehr daran gesehen, diese in meinem Leben zu halten. Ich habe halt das Gefühl bekommen, dass vieles sie halt auch nicht mehr interessiert. Und sie waren sehr mit sich selber beschäftigt und ehrlich gesagt auch sehr von sich eingenommen. Also es gab halt immer auch Freundinnen, die haben furchtbar rumgeklugscheißert. Da kriege ich zum Beispiel echt einander Klatsche, wenn mir eine ebenso alte Frau wie ich mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich finde, ihr solltet den Leuten lassen, Mama zu werden. Weil Mama zu werden ist ein ganz, ganz schwieriger und großer Prozess, den ihr halt eingeht. Ich benutze den Dose of Colors I Love Sadaji Highlighter in Soul Matte. Und für mich war das ganz schwierig, da jeden Tag zu hören, auch mit der Schwiegermutter. Das Verhältnis hat sich auch total verändert. Also seitdem ich schwanger bin, will ich halt ehrlich gesagt auch gar nicht so viele weibliche Kommentare zu meinem Ich, zu meinem Ding hören. Ich habe größere Schwierigkeiten auch mit ihr gehabt. Schwiegermutter hat halt nicht immer so den Wunsch eines Kindes praktisch verfolgt oder mitgemacht. Und ja, das hat sich halt schon sehr weit gezogen, sodass ich jetzt praktisch auch eine ganz klare Ganze gesetzt habe. Ich bin jetzt verheiratet. Ich bin jetzt mit Marc verheiratet. Ich bin jetzt Ehefrau und du hältst dich in deinem Territorium. Ich finde das auch total wichtig, muss ich sagen, weil mir hat das halt nicht viel gebracht, wenn sich jemand eingemischt hat. Ich habe mich auch sehr bevormundet gefühlt, muss ich sagen. Also extrem. Ich habe einfach für mich dann bestimmt, nee, das muss ich mir nicht geben. Die soll sich gefälligst um ihr Sach kümmern. Ich kümmere mich um meine Sach. Und das war das Beste. Also ich habe wirklich dann auch gemerkt, okay, ich fühle mich viel wohler in der Situation, wie ich jetzt einfach bin. Und dann haben wir halt auch gesagt, nee, also ich mache meinen Kopf nicht kaputt wegen sowas und belassen es da. Ich glaube, ich gehöre mal richtig schön dunkel. Und habe dann aber auch gesagt, nee, Mom, tut mir leid, aber ich gehe meinen Weg als Mama. Du gehst deinen Weg. Du hast deinen Weg gegangen als Mutter. Ob gut oder schlecht, sei da hergestellt. Also jeder macht ja so seine Fehler und nicht. Und ich habe jetzt, wie gesagt, für mich beschlossen, dass ich da halt einfach nicht so krass drauf hören möchte. Wie gesagt, jetzt in der 36. Schwangerschaftswoche kommen langsam Ängste auch hoch. Wie zum Beispiel jetzt war ich ja dieses Problem. Mittlerweile hat sich das wahrscheinlich gegeben, weil ich ja jetzt seit ein paar Tagen weiß, wie es mit uns weitergeht mit dem Kleinen und mir, geburtsmäßig. Da hat sich einfach bestimmt auch einiges getan, weil wir ja auch praktisch eine Antwort bekommen haben am Montag, wie der Kleine liegt und so weiter. Und es ist für uns halt eine sehr schwierige Reise gewesen. Wie gesagt, es haben sehr viele Freunde sich verabschiedet und waren einfach plötzlich nicht mehr für uns da. Ich fand es richtig schlimm. Teilweise auch echt irgendwie voll erbärmlich irgendwie. Also auch unsere Hochzeit zum Beispiel. Selbst da saßen Menschen, die ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr dabei hätte haben wollen. Da hast du einfach schon gesehen, auch rund dessen, wie die bloß die Karten geschrieben waren. Weil ich einfach nur so Geld reingeklatscht und Hauptsache halt, man hat was gegeben und saß halt dabei. Da habe ich auch zu Marc schon gesagt, mein Gott, da bräuchte ich bei der Taufe unseres Kindes jetzt niemanden dabei. Von denne und denne und dieser, dieserjenige hat mir auch nicht so, wie soll ich sagen, von Herzen. Weil, wisst ihr, von Herzen gratuliert. Und da war, das merkt ihr einfach. Also ihr merkt dann ganz schnell, ist das von Herzen oder ist das einfach nur so gesagt? Ähm, Freunde kamen zum Beispiel auch zur Hochzeit nicht, weil sie was Besseres vorhatten, haben mich angelogen, haben zum Beispiel gesagt, äh, sie sind woanders oder sonst irgendwas. Und stimmt ihr eigentlich zu 100 Prozent? Äh, haben dann was gepostet oder sonst irgendwas? Ich dachte so, okay, du hast doch gesagt, du hast jetzt eine voll fette Party und dabei warst du nur, was weiß ich, was machen, ja. Äh, ihr werdet überrascht sein. Was ihr erlebt, was die Leute euch auftischen, das ist echt krass. Und, ähm, ich habe jetzt nur noch Mascara vor mir, aber ich beende das Video jetzt auch gleich mit noch ein paar anderen Worten. Ähm, es ist jetzt einfach auch so, ich habe halt ganz, ganz lange mit mir auch gestruggelt, wie ich es halt am besten beschreiben kann. Wie ich zum Beispiel auch einfach, ähm, diesen ganzen auch negativen Content in der Schwangerschaft auch so verarbeite, weil es war echt nicht einfach. Ähm, ihr habt, das muss jetzt voll durchtrocknen. Ähm, ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt, ähm, Wie gesagt, mich von Freunden gelöst, weil ich einfach, ähm, gemerkt habe, es ist halt einfach nicht mehr eine richtige Parallele da. Ihr seid einfach oft alleine mit euren Sorgen und euren Ängsten. Ähm, die Leute, wo ihr gespürt habt, da war schon eine wahnsinnig enge Verbindung davor, sind meistens auch die Leute, die sich aufrichtig und würdevoll und liebevoll mit euch, mit der Schwangerschaft auseinandersetzen, die euren Bauch streicheln, die zum Beispiel verstehen, wenn ihr den hundertsten Body in der Hand habt. Meine beste Freundin, die hat da ja voll mitgemacht. Und, ähm, ich muss da einfach sagen, es ist sehr, sehr schön, wenn ihr jemanden an eurer Seite habt, genießt das. Ähm, zelebriert auch diesen Zeitpunkt in eurer Freundschaft, denn es wird vielleicht nicht häufig vorkommen. Man hat diesen, diesen Zeitpunkt halt einfach, äh, vielleicht, äh, ich nehme hier noch ein Hourglass Powder, oder das ist nochmal ein Finishing Powder, ähm, um praktisch nicht ganz so totmatt auszusehen. Und, äh, muss einfach sagen, es ist einfach eine ganz, ganz andere Situation, ja, wenn ihr praktisch, äh, unterwegs seid und ihr nicht schwanger seid, ihr, ihr fühlt euch einfach, ich weiß nicht, so teilweise echt alleine, also, ihr müsst halt echt damit klarkommen, dass sich Freunde von euch abwenden werden, dass Freunde vielleicht auch Neid empfinden, weil zum Beispiel plötzlich denen hervorkommt, ha, guck mal, in meiner Beziehung läuft es doch nicht so gut und, ja, mein Freund wollte jetzt kein Kind haben und so. Und plötzlich diese Leute und die Mädels sich echt von euch abwenden und ihr einfach sagt, um Gottes Willen, hier ist noch dieser You Better Work, ähm, den nehme ich jetzt gerade die ganze Zeit, der ist richtig gut und, äh, muss einfach sagen, ähm, ich habe für mich einfach sehr viel gelernt in der Schwangerschaft. Ähm, ich werde diese auch in vier, fünf Wochen ja schon beendet haben, das ist dann ja schon rum und dann ist der kleine Mann schon da. Ähm, ich habe keine Angst davor, ähm, ich bin dankbar, dass diese Veränderung jetzt vorher gekommen ist, dass ich praktisch viele Menschen losgeworden bin, bevor ich diesen Schritt mit dem Kind gegangen bin, jetzt praktisch, dass er schon da ist, weil die Emotionen, die ihr praktisch für euer Kind dann einfach nicht übrig habt, weil ihr traurig seid, ihr werdet halt absolut zu einem Negativfilter für euer Kind und das ist einfach nicht in Ordnung, das ist auch nicht korrekt. Euer Kind ist aus einem warmen Bereich rausgerissen worden, er wird euch brauchen, egal ob sie oder er, das ist in dem Fall jetzt echt wurscht. Ähm, ihr werdet, ähm, als Mama voll und ganz in eurer Rolle aufgehen. Ähm, ich hatte am Anfang, ich hatte auch ganz, ganz viel Struggle, zum Beispiel auch die Schwangerschaft anzunehmen, weil ich habe immer auch begründet, aufgrund dessen, dass ich auch intensivmedizinisch gearbeitet habe, hatte ich auch große Probleme, zum Beispiel die Schwangerschaft anzunehmen, sie positiv zu sehen und einfach zu sagen, hm, okay, ich bin jetzt schwanger und wird es jetzt sterben oder wird es jetzt nicht sterben. Es kommen halt wirklich Gedanken, wo ihr denkt, um Gottes Willen, Jenny, um zum Teufel nochmal, wie kannst du so denken, wie, warum bist du so und ich glaube, das ist einfach total typabhängig, ich glaube, das war einfach schon immer in mir drin, ich glaube, das habe ich einfach nur noch nie realisiert gehabt, dass ich halt auch einfach auch bei schönen Sachen echt immer so schlecht denke, obwohl es eigentlich totaler Bullshit ist, aber ihr macht das halt echt so unwillkürlich des Todes, dass ich denke, um Gottes Willen, habe ich das immer schon gemacht? Ähm, ist das normal? Nein, ist es nicht. Ähm, man sollte ja immer sehr positiv sein in einer Schwangerschaft und, aber das funktioniert halt nur, wenn euer Umfeld halt auch so reagiert und das, davon habe ich mich jetzt einfach halt komplett gelöst, dass ich praktisch Menschen, die, naja, dessen Lebensinhalt besteht, äh, Netflix zu schauen oder, ähm, halt immer nur mit denselben Menschen rumzuhängen und so, wo ich mir denke, um Gottes Willen, das will ich eigentlich gar nicht, also, ich meine, Netflix schauen, das machen wir auch wahnsinnig gerne, aber daraus eine, voll die Session zu machen oder so, dabei aber keine Zeit für Freunde aufzubringen, die vielleicht einen auch brauchen würden, haben sich viele Freunde von mir nicht überlegt gehabt, ob vielleicht auch mal ein Anruf ganz gut tut, weil man ja zum Beispiel jetzt einfach schon fünf Tage alleine zu Hause war, man will sich ja niemanden aufdrängen und, ähm, ich denke einfach, dass diese Zeit extrem auch reichen muss, neun Monate, um euch als Mensch komplett neu zu entdecken und es ist auch sehr wichtig, dass ihr das tut, reflektiert euch, bevor ihr euer Kind bekommt, weil, ähm, ihr werdet danach weder mental noch psychisch noch physisch die Zeit haben, ähm, ihr werdet die ganze Zeit um euer Kind rumschwirren, ihr werdet eingenommen werden und ja, ihr seid dann das Sklave eines vier, fünf Kilo Kindes, was da liegt und einfach seine Bedürfnisse äußert, ähm, es ist aber wunderschön, weil ihr müsst auch immer noch sehen, es gibt Menschen, denen das Privileg einfach vorenthalten bleibt, ihr werdet nicht jeden Freund, äh, nie, also zum Beispiel mir haben sich zum Beispiel auch Freunde geöffnet, ähm, auf eine ganz andere Art und Weise, die mir plötzlich erzählt haben, dass sie Furchtbarkeitsprobleme haben und so und sie total, also gerade diese Freunde mit dir in der Schwangerschaft mega positiv sind, weil sie sich auch dran hochziehen und also praktisch positive Vibes von dir klauen, um praktisch ihr eigenes Ziel, ein Kind zu bekommen, nochmal sehr viel höher setzen und sagen, hey, ich will das jetzt auch, ich würde auch gerne kotzen wie die Jenny und das sind einfach so Sachen, wo ich denke, das ist auch sehr wichtig, also ihr helft auch anderen dabei, wenn ihr positiv seid und letztendlich ja auch für euch gute Vibes produziert, ähm, der Faktum des, äh, der Familie, ähm, wie gesagt, es verändert sich natürlich was, mein Papa ist mir sehr viel näher gerückt, dafür ist meine Schwiegermutter mir ein Stück weiter weggerückt, ähm, die Tante meines Freundes ist mir auch sehr nah mittlerweile, muss ich sagen, weil sie halt einfach eine ganz andere, neutralere Perspektive hat in unserer Familie, die Oma meines Freundes ist uns sehr nah gerückt, weil sie Uroma wird, das ist natürlich mega schön, ich habe halt keine Oma, dessen ich dieses wunderschöne Ergebnis oder unser Leben halt preisgeben kann, ähm, meine eigene Mutter ist mir näher gerückt, weil sie halt einfach mir ehrlich gesagt mehr Rat und Tat zur Seite steht, wie ich es eigentlich gedacht hätte, muss ich sagen, ja, gerade zum Ende der Schwangerschaft, sie ruft regelmäßig an, was sie vorher nicht so getan hat, sie arbeitet ja selber, ja, ähm, und muss einfach sagen, es ist und bleibt einfach eine wahnsinnige Veränderung, die ihr aber so, so gerne machen müsst, weil ihr sonst halt nicht dieses unglaubliche Gefühl bekommt, die ganzen Tritte, die man sieht und die ganzen unglaublichen Veränderungen, die ihr habt, ähm, ihr liegt im Bett und plötzlich boing, 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 habt plötzlich voll die Dellen am Bauch und denkt so, guten Morgen und, ähm, ihr, ihr begrüßt euer Kind, ihr, ihr liebkost es, ihr sitzt, ich sitze jetzt hier gerade und er macht voll Theater und, ähm, er mag tatsächlich meine Stimme sehr gerne, also, er mag das, wenn ich spreche, also, er findet das sehr entspannt, ist aber komisch, wenn ich aufhöre, fängt er voll an zu treten, wenn es ihn tatsächlich stören würde, dass ich aufhöre, was ich mir gar nicht vorstellen kann, eigentlich muss man ja sagen, so, Mama, halt die Klappe, aber ist scheinbar nicht so und ihr lernt euch auch total selber kennen, das ist eine ganz, ganz tolle Zeit, genießt die Zeit, denn es ist wirklich so, wenn ihr anfangt zu genießen oder ich zum Beispiel in meinem Falle es zu akzeptieren, dass ich mich übergebe, weil eben da was unterwegs ist, ist die Zeit einfach schon vorbei, ihr habt euren Wurm hier und denkt mir, und jetzt nochmal, und, äh, mittlerweile, wenn ich halt so drüber nachdenke, wie viel Glück ich hatte, ich habe einen wundervollen Ehemann, ähm, einen tollen Freund vorher gehabt, jetzt ist er halt mein Ehemann, ähm, so, deine Träume, meine ganzen Träume sind in Erfüllung gegangen, 2019 ist mein Jahr und auch sein Jahr, ähm, wir haben ein Kind, was unterwegs ist, was gesund ist und fit und selbst wenn es fünf, zehn an einem Finger hätte, wäre es mir auch scheißegal, ihr nehmt euer Kind, wie es kommt, ähm, wie gesagt, es müssen natürlich Entscheidungen getroffen werden, wie gesagt, der Kleine liegt halt immer noch nicht richtig, ähm, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ich bin, lag er halt sozusagen nicht, äh, richtig, ja, jetzt müssen wir halt einfach schauen, wie es halt läuft, aber, ähm, ich bin einfach wahnsinnig dankbar für die Reise und für all das, was wir jetzt erleben, auch die wundervollen Sachen, die wir geschenkt bekommen haben, Freunde, die überraschenderweise zum Beispiel auf uns zugekommen sind, die wahnsinnig Bock drauf haben auf diese Reise mit uns, und dafür seid einfach wahnsinnig dankbar, ich danke euch auch fürs Zuhören, es ist schon wieder ein Video mit einer Dreiviertelstunde geworden, aber, ähm, ich denke, das Kürzen, also ich mag das Kürzen gar nicht, weil, ähm, man kann nicht kürzen etwas, was einfach in neun Monaten halt auf euch auch eingeprallt ist, versucht einfach immer positiv zu sein, auch, also ich kann euch sagen, ich habe verdammtes Pech in meiner Schwangerschaft gehabt, ähm, ja, mir schrotze schlecht, ich habe sehr schlecht essen können, dadurch habe ich natürlich auch nicht zugenommen so stark, andere Sache, ich schlafe sehr viel, ich weiß auch, wenn ich später von der, von der Untersuchung zurückkomme, ich falle tot um, Leute, ich bin todmüde, ähm, ich bin dann wirklich komplett geschminkt mit dem Handtuch im Bett, ähm, auf dem Kissen drauf, damit ich nicht alles voll sau, pennen dann wirklich bis mein Mann nach Hause kommt, dann, ähm, ähm, muss ich davor noch einkaufen gehen und es sind einfach so Sachen, ich mag das Leben, eine Hausfrau zu sein, aber ich bin auch dankbar, wenn ich wieder arbeiten gehen kann, das ist auch sehr schön und das ist auch wichtig und wertvoll für euch, weil, ähm, ihr wollt euch ja trotzdem nicht verlieren und das solltet ihr auch niemals und, ähm, abschließend kann ich sagen, ich wünsche allen Leuten da draußen, die Kinder möchten sich wünschen, aber vielleicht Schwierigkeiten haben, vergesst nicht, wofür ihr es tut, ich kann euch sagen, es ist ein wunderschönes und sehr erhabenes Gefühl, ein Leben zu kreieren, ja, ein Leben zu erschaffen, ähm, lasst euch nicht runterziehen von anderen Dingen, blendet es aus, äh, macht euch nicht wahnsinnig, ähm, auch wenn es zehn Jahre dauern sollte, bis ihr euer Glück in den Händen haltet, ihr werdet es in den Händen halten, es gibt heute so viele Möglichkeiten, verzichtet lieber auf Lifestyle und Leben, geht wieder, wieder weniger in den Urlaub und macht euren Traum zur Wirklichkeit, äh, geht auch in eine Kinderwunschlinie, lasst euch helfen, lasst euch frühzeitig helfen, wenn ihr wirklich jetzt schon 30 seid und 35, 36 seid und es hat noch nicht geklappt bei regelmäßiger, ähm, BMW-Woche und so weiter, ähm, und ihr habt alles gecheckt, geht dorthin, schaut es euch an, weil ihr werdet sonst einfach wahnsinnig enttäuscht sein, weil eine Frau, die halt einfach nur mal ein Kind möchte, dessen Lebensinhalt dreht sich nur noch darum und ich verstehe das auch mittlerweile echt total, ähm, ich möchte euch auf jeden Fall auf diese Reise weiterhin mit zunehmen, schreibt mir mal darunter, ob ihr mal sehen wollt, was für Gerätschaften wir gekauft haben oder so eine kleine Ecktour, ich hab's echt voll unk, also total unding, also das wird dann aber erst, ähm, gedreht, kurz bevor dann der Kleine tatsächlich da ist, weil sollte ich einen Kaiserschnitt geplant bekommen, dann weiß ich ja, dass ich einen Tag vorher noch das Bett beziehen kann und so, das weiß ich ja dann schon und dann kann ich euch natürlich auch die Ecke zeigen, was für haben wir Klamotten, wie haben wir das gemanagt und so und ich hoffe, wie gesagt, dass euch diese Storytime auch so ein bisschen mich sehr näher bringt, weil es ist nicht so ganz so einfach, wie gesagt, ähm, ich hab auch keinen Kontakt zu meinem Bruder, ich hab meine Ex-Schwägerin, ähm, da hab ich keinen Kontakt, ich hab auch, wie gesagt, nicht zu jedem Familienmitglied einen intensiven Kontakt, das ist aber vollkommen normal, weil, ähm, Familien sind nicht immer die besten Ansprechpartner, das ist einfach so, ähm, und ich muss einfach sagen, es ist vollkommen in Ordnung, ihr braucht nicht jeden Deppen um euch herum, es wird euch eh nur aufregen und deswegen, ich sag euch so, ähm, Family First, ja, ich schütze diesen Ring, weil ich einfach, ähm, er ist übrigens sehr, sehr schön, das ist also mein Ehering, das ist einer von Swarovski, ähm, der war auch gar nicht mal so teuer, also ich hab tatsächlich, ähm, unter 100 Euro für den Ring bezahlt, ist ein sehr schöner Ring, ähm, ich brauchte kein Symbol, ähm, das anstark ist, also wir haben extra uns dieses Kantige ausgesucht, ja, ähm, weil wir einfach gesagt haben, unser Leben ist nie gerade gelaufen, wir hatten tatsächlich mit dem Kind das erste Mal einfach straight-up Glück, das war einfach so und ich möchte, wie gesagt, dass ihr niemals vergesst, was für ein Gefühl das ist, wenn ihr halt euren ersten Test in der Hand habt und so, zelebriert das, nehmt die Symptome, die ihr einfach habt, hin, ich hab auch seit der zehnten Woche ein Ischias geklemmt, ich kann auch ganz schlecht laufen, ähm, ich kann euch gar nicht beschreiben, wie viel Scheißdreck ich mitgenommen hab, ja, außer jetzt praktisch ein Bluthochdruck oder starkes Übergewicht oder so, ähm, muss ich sagen, hab ich echt sehr viel mitgenommen, gerade die starke Übelkeit, also mein, selbst mein Frauenarzt, der bemitleidet mich schon des Todes, aber seid einfach dabei, seid voll im Leben, seid auch nicht traurig, sollte euch je nie ein Kind geschenkt werden, und es ist jetzt im Angesicht sehr schwer, aber ihr müsst einfach gucken, eure Lebensmittel zu finden, ähm, ich hab meine gefunden, indem ich es auf jeden Fall verprobiert hab, ich hatte gott safe richtig Glück mit unserem Kind, das ist fast schon fertig produziert, ähm, ich hab sogar in der App schon gelesen, dass die Plazenta ihre Aufgabe nahezu abbaut, weil mein Kind alleine lebensfähig ist, wo ich mir denke, oh wow, dann komm doch raus und zeig dich, Mama, ja, ähm, er hat noch ein paar Wochen Schonfrist, es ist jetzt praktisch noch die Ausbackphase, damit halt alles perfekt ist und er auch ein gewisses Gewicht bekommt, und, ähm, ich freue mich wahnsinnig auf meine Rolle als Mom, weil ich hab das eigentlich nie als Stress empfunden, ich bin sehr gerne mit meiner besten Freundin unterwegs, jetzt haben wir halt zwei schicke Kinder wegen, die in der Gegend rumfahren, ähm, ob es nochmal ein zweites gibt, wird sich erst nach unserem Umzug klären, ähm, wie macht man das finanziell, weil ich bin eine sehr, sehr, sehr durchverplante Person, ich möchte nicht ein Kind bekommen ohne Backups, ich möchte kein Kind bekommen ohne Geld zu haben, weil ich möchte nicht, wie es oft bei mir in meiner Kindheit gewesen ist, immer verzichten müssen, ähm, jetzt geht's mir gut, ich hab jetzt, keine Ahnung, Make-up und alles, und hab einen tollen Mann, Familie, Hund, Katze, Maus, ähm, eine Wohnung, wo warm ist und bezahlbar ist, das muss man ja heute auch noch irgendwann extra dazu sagen, ähm, und bin jetzt einfach an so einem Punkt, wo ich sag, okay, das ist jetzt erstmal mein Leben, aber ich möchte noch ein paar, ich möchte noch so toppen, ich möchte halt noch mehr und noch mehr und noch mehr, und ich weiß halt, dass ich das mit diesem Mann erreichen kann, das werden wir auch schaffen, es wird nie alles umsonst sein, ihr werdet nie irgendwas umsonst bekommen, das ist einfach so, und, ähm, letztendlich ist es sehr wichtig, dass ihr halt nie vergesst, wo euer Ziel liegt, und das Ziel bei uns liegt jetzt einfach erstmal, dieses gesunde Kind, hoffentlich auch gesund zur Welt zu bringen, egal wie, ähm, schämt euch auch nicht, wenn ihr euch einen Kaiserschnitt wünscht oder so, ähm, ich muss euch sagen, mittlerweile ist das sehr naheliegend, weil, ähm, einfach der Kleine zu groß ist, mein Bauch zu klein, und er kann sich halt nicht mehr rumdrehen, das ist dann eine medizinische Tatsache, die einfach ist, ja, ähm, schämt euch nicht, diesen Weg zu wählen, weil ich muss ihn vielleicht sogar zu gehen, also zwei, weiß man jetzt nicht, folgt mir sehr gerne auf Instagram, da werde ich euch sehr gerne Updates liefern, und, ähm, äh, was morgen für ein Video kommt, das weiß ich gar nicht, eventuell ein Herbstlook, also jetzt noch einer zu dem, oder, ähm, ich hatte mir jetzt auch überlegt gehabt, meine Lieblingspaletten, meine, meine besten 10 Lieblingspaletten hochzuladen, ähm, weil ich nämlich jetzt wieder neue dazubekommen habe, und mittlerweile sich das schon wieder und, äh, ähm, praktisch erneuert hat, und ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Samstag, geht schön einkaufen, lasst euch gut gehen, geht schön in den McDonald's und macht irgendeinen anderen Scheiß zusammen, lasst mal den Herd aus und geht mal raus mit eurer Familie und zelebriert das, und wenn ihr noch keine Kinder habt, dann geht schön mit euren Hunden, Gasti, das haben wir jetzt auch getan, und wir sehen uns auf jeden Fall morgen in einem neuen Video wieder, meine Lieben, und passt gut auf euch auf. Urge und man die Untertitelung des ZDF, 2020